Gerade so Sachen wie, dass ich Leute mit Absicht rausschieße oder dass nur die anderen schuld sind. Ich glaube, das widerspiegelt sich zu meiner Person. Ich gebe immer alles. Stirbt das Game oder ist es irgendwie tot? Das hat gar nichts damit zu tun, dass ich geweckt bin. Moinsen, Freunde der Sonne. Reklamington hier. Das heutige Video ist gesponsert von Elgato, meinem langjährigen Partner in Bezug auf Streaming-Hardware. Ich habe nicht nur Lichter hier und da und Halterungen für Kameras und Lichter und Streamdecks an jedem Arbeitsplatz, der in diesem Raum existiert. Nein, ich habe mittlerweile auch Kameras von Elgato in Benutzung. So unter anderem die Facecam MK2, mit der dieses Video hier gerade aufgenommen wurde. Und diese Kamera hat mich ja komplett abgeholt. Ich bin ja sonst so ein großer Kamerabenutzer und bin auf diesen Formfaktor umgestiegen. In manchen Use Cases, wie zum Beispiel, wenn ich hier an meinem Platz arbeiten möchte oder ich da unten meine Füße filmen möchte. Und das Schöne an der Kamera ist, es ist USB rein, anstecken, in die Software gehen, alles einstellen, super simpel und dann läuft das Ding. Du speicherst deine Einstellung auf der Kamera und dann hast du jedes Mal dieselben Einstellungen. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön. Also, falls du mal Interesse haben solltest, die Facecam MK2 dir anzugucken, kannst du in die Videobeschreibung gehen. Dort findest du den Link dorthin und dann schau dir das Ganze mal an, falls du eine Facecam brauchst. Und dann geht's weiter mit dem regulären Content. Moinsen, Freunde der Sonne! Willkommen zu einer neuen Folge DizzyCast. Und das hier ist ja so ein Gast, ähm, naja, sagen wir mal so, er wurde sich in den Kommentaren sehr häufig gewünscht. Also, ich durfte mir ja bestimmt schon hundertmal anhören, jetzt lad doch bitte mal Blätten ein, Blätten dies, Blätten das, Blätten Ananas. Und ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, aber ich habe Blätten schon vor einiger Zeit gefragt, ob er hier sein möchte. Aber wir haben einfach nicht gemeinsam zueinander gefunden, dass wir uns hier in einen Raum setzen können. Aber, jetzt ist es soweit. Die alte Content-Nase ist für euch da. Blätten, vielleicht möchtest du nochmal ganz kurz dich selber, ja, vorstellen. Kannst du auch üppig dich vorstellen, weil es gibt bestimmt auch Menschen, die dich noch nicht kennen, bevor wir jetzt richtig rein starten. Ja, sicher. Moin, äh, ich bin Blätten, auch Benjamin. Und die meisten kenne mich sehr wahrscheinlich aus den Jansky-Videos. Und ich bin Content-Creator im Simracing-Bereich. Und, äh, ja, bin dafür verantwortlich, dass der eine oder andere schon geflucht hat. Das hast du nett gesagt. Ja. Das hast du nett gesagt. Aber da muss ich auch gleich mal noch eine Anschlussfrage dazu stellen. Ähm, dir ist aber bewusst, dass du manchmal auch schuld bist daran, ja? Das ist, äh, richtig. Ja, werde ich gleich auch noch ein bisschen wahrscheinlich mehr erzählen. Aber das ist mir sehr, sehr bewusst. Gut, dass wir das auch gleich mal aus dem Weg räumen, nicht, dass du so unsympathisch dastehst, weißt du? Ähm, aber vielleicht magst du uns mal ganz kurz einen Abriss geben, wie du eigentlich so in diese ganze Thematik reingerutscht bist, in Simracing. Puh. Äh, mal geil. Jetzt wird schwierig für dich. Also, ich habe 2017, nee, 2018, habe ich das erste Mal einen Abrissing-Stream gesehen. Das war bei Dentsu. Da war Dentsu noch ein ganz kleiner Streamer mit, ich glaube, 10, 20 Zuschauern. Und da habe ich dann schon so gemerkt, ey, ich bin ja eigentlich so ein Grindr. Also, ich mag das Grinden und da habe ich gedacht, ey, das könnte was für dich sein. Weil da bist du auf dich gestellt, teilweise. Und, ähm, dann bin ich da mal mit dem Tetra 100, bin ich damals los, dann habe ich mir ein Tetra 100 geschnappt. Und, äh, bin dann da so reingerutscht. Und dann habe ich aber ziemlich schnell gemerkt, ey, am Schreibtisch ist das einfach nichts. So, Pedale rutschen immer weg und man sitzt nicht immer gleich. Und beim Lenken, ne, links, rechts, das war alles nicht so geil. Und, ähm, dann habe ich mir gedacht, ey, besorg dir doch mal einen Rick. Und dann habe ich mir einen Rick besorgt. Und dann dachte ich schon, äh, ist geil, aber das Lenkrad ist noch nicht geil, nur die Pedale. Und dann bin ich, äh, habe ich mir einen Fanatec geholt. Und da hatte ich leider nicht so gute Erfahrungen mit und hatte nur Probleme. Und dann, äh, wurde mir da auch nicht so richtig geholfen. Und dann war ich so frustriert, dass ich dann gesagt habe, ey, komm, lass gut sein. Und dann hat das, glaube ich, 22 oder 19 mit dir und Sascha angefangen. Wo du dann so ein Sascha ein bisschen reingezogen hast in die Simracing-Szene. Und, ähm, da habe ich euch beide auch verfolgt. Also ich verfolge die ja schon länger. Und dann hat das richtig angefangen. Also bin ich auch direkt rein in eine Mosa wieder. Und das war dann alles geil. Und seitdem bin ich eigentlich beim Simracing geblieben. Und mittlerweile habe ich hier, ja, ziemlich doll zurückstehen. Und mache das daily, fünf, sechs Stunden am Tag. Und dann, ja, das ist so mein Weg in Simracing. Ich habe eigentlich nicht so viel Erfahrung mit Real-Life-Racing oder irgendwas. Das ist alles nur durch Streams gekommen. Okay. Und, äh, was fährst du jetzt so aktuell? Du hast ja dann auch schon so einiges hinter dir. Ja, jetzt aktuell bin ich in iRacing. Ja, ich werde jetzt erst frisch von ACC gewechselt, weil, äh, ich habe ja erzählt, ich fahre seit eineinhalb Jahren, äh, daily fünf bis sechs Stunden am Tag, ne, für den Stream. Und da habe ich selber für mich gemerkt, ähm, irgendwann, dass man nur noch am Fluchen ist. Man, man, man wird ja auch schneller, die Frost, weißt du, früher hat man über Unfälle gelacht oder wenn ich mal einen abgeräumt hat. Ja. Da mit ein, mit tausend Elo oder was ich da hatte, da war das ja auch noch alles spaßig. Und man wurde ja auch irgendwie schneller und man hat auch mehr Elo bekommen. Und irgendwann ist dann auch die, ja, die Grenze, sagen wir mal, ein bisschen, äh, ja, ein bisschen gesunken. Dass man dann auch ziemlich schnell frustriert war, wenn was nicht lief. Und irgendwann bin ich so an den Punkt gekommen, weil ich auch nichts anderes gemacht habe aus der ACC, äh, dass ich dann nur noch, ich war nur noch stinkig, ich habe nur noch beleidigt direkt. Und irgendwann habe ich dann für mich selber dann den Punkt gesetzt, wo ich gesagt habe, ey, wenn du jetzt nicht einen Break machst, so, dann fährst du wahrscheinlich nie wieder, weil du wahrscheinlich einen Permaband hast oder so. Also ich war jetzt nie an der Grenze, wo ich gesagt habe, okay, ich schieße jetzt mit Absicht jemanden raus, aber so dieses, dieses Reinbeleidigen und so, das, so persönlich bin ich eigentlich gar nicht. Das hat sich einfach über, ja, über die Monate oder Jahre entwickelt, ne. Ja. Und, äh, dann bin ich jetzt, äh, zu iRacing gekommen, weil der Maga mich da auch so ein bisschen in den Oval reingezogen hat. Und jetzt bin ich hier und für iRacing. Ich habe, ich habe nie irgendwas gemacht, möchte ich hier, ich sage mal kurz, ich habe hier nie an, an irgendjemanden da draußen, der glaubt, ich war das, ne, ne, die Entscheidung habt ihr alle selber getroffen, damit habe ich nichts zu tun. Na klar, Maga. Ja, das ist aber auch eine gute Entscheidung für mich gewesen. Also ich habe mir auch lang gezögert, zu iRacing zu gehen, weil ich natürlich mein, nenne es jetzt mal Erfolg oder meine Reichweite durch ACC aufgebaut habe. Und man, ich mache das jetzt auch schon fünf Jahre hauptberuflich. Na, also ich streame schon ein bisschen länger und, ähm, man hat da ja schon ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen Schiss, aber ein bisschen, man weiß ja nicht, was passiert, ne. Wenn ich zu iRacing wechsle, sind dann alle weg oder wird das mehr oder bleibt das so? Und, äh, das war sicherlich auch mit ein Grund. Ähm, aber ich bin happy, wie es ist. Ich bin glücklich in iRacing aktuell. Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder ACC fahren werde. Äh, das habe ich für mich selber, ja, schwierig zu urteilen. Man weiß ja auch nie, was mit ACC passiert. Und du musst natürlich auch als, ich sage mal, Fulltime-Content-Creator, äh, musst du natürlich auch gucken, dass du die richtigen Schritte gehst. Ne, das ist ja auch wichtig mit. Und, äh, ja, jetzt hänge ich da voll in iRacing aktuell drin. Ja, also, bedingt. Es ist ja, das ist ja auch von jetzt auf gleich passiert. Ich erinnere mich noch irgendwie, ich glaube, es war vor zwei Wochen, da haben wir ja im Chat, also da warst du ja auch da, haben wir ja kurz drüber gesprochen. Ja, ich weiß nicht und, äh, und dies und das. Und dann, äh, wurde das ja so rübergeschwappt, äh, und dann wurde ja gesagt, dass du drinnen bist und jetzt, äh, hängst du ja auch noch da drinnen. Ja, das ist, war auch wirklich kein, also, es war wirklich kein leichter Schritt für mich. Ich hatte viele Gründe, wie gesagt, unter anderem, dass, äh, dass ich da halt Angst hatte, dass das mit dem Stream nicht läuft. Und ich war auch, muss ich, muss ich jetzt auch, äh, öffentlich sagen, ich war auch immer so, äh, iRacing ist so teuer und die Grafik, aber bis man dann mal selber drin ist und man merkt, dass es gar nicht so ist, wie das so, ich sag mal, nach außerhalb immer dargestellt wird, dass es so teuer ist, so. Also, natürlich hat es seine Kosten, keine Frage, ähm, muss man natürlich auch ein, zwei Talos übrig haben, aber ich glaube, wenn man erstmal drin ist, dann fällt mir auch ein bisschen die Hemmschwelle, ne, da ist dann dann auch nicht mehr so tragisch, wie es davor war. Ja, und ja, ich hab einfach dann gemerkt, dass sich diesen Schritt auch gehen muss, ne, gerade, weil es in ACC für mich auch immer schlimmer wurde, also, es wurde auch, kann ich auch mal sagen, es wurde auch öffentlich immer so ein bisschen dahingestellt, aber ich wurde jetzt bei ACC gesperrt oder der hat einen Bann und fährt deswegen iRacing oder iRacing ist so, äh, ACC ist so schlecht, also, das hat keinerlei, also, keiner der Gründe war irgendwie dabei. Ich bin weder gesperrt in ACC noch, ähm, stirbt das Game oder ist es irgendwie tot, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich gewechselt bin. Das ist einfach für mich, ich musste den Schritt machen, weil, wie gesagt, wurde einfach immer frustrierter, äh, weil ich bin allgemein sehr ehrgeiziger Mensch und, ähm, das war auf jeden Fall ein guter Schritt für mich. Das war, die, die Frage zielte übrigens auch gar nicht, äh, darauf ab, die ich dir stellte, sondern ich wollte eigentlich wissen, was du jetzt aktuell, was an deinem Rig verbaut ist, aber gut, dass wir, gut, dass wir, gut, dass wir, gut, dass wir das jetzt auch schon aus dem Weg, äh, geschafft haben, wir kommen gleich nochmal zurück zu der Thematik. Ja, aber mein, äh, mein Rig, äh, hab ich eigentlich alles gemacht, also, ich hab ja, wie gesagt, angefangen mit einem SimX Pro Rig, ein relativ kleines Rig, ähm, und ein T300. Und das hab ich dann sehr schnell ausgetauscht gegen eine Simocube 2 mit einem F-Co-Wheel, VHS-Pedale und einem Trackraiser Rig, bin auch relativ zufrieden. Und das hatte ich, ähm, eigentlich so ein Ziel, was ich mir über mehrere Jahre setzen wollte. Du weißt ja, wie es so ist manchmal als Streamer, ne, da redest du ja auch offen mit deiner Community drüber und dann, äh, fängt das natürlich auch irgendwie an, dass du dann mal, hast du mal alles kurz in einem Jahr gekauft, ne, und dann hast du hier ein 6.000-Euro-Rig stehen und fragst dich, woher? Na, und dann noch einen neuen PC dazu, also ich hab alles komplett umgebaut. Ja, die, äh, äh, das ist, ähm, ich kenn das. Also, wenn ich so die letzten vier Jahre, ähm, hm, doch. Hm. Schon, ja, es ist schon verrückt, wie sich das alles entwickelt hat, so im Simracing. Also, ich wusste ja schon so, ich bin ja, wie gesagt, ein Grinder, ich liebe das Grinden, ich liebe dieses schneller werden. Bin auch, muss ich sagen, da bin ich auch so ein bisschen, erzähl ich dir gleich auch ein bisschen mehr. Ja, ich bin E-Sport veranlagt, ja. Auch wenn man es nicht glauben möchte, durch Jansky, aber das sind so... Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch überhaupt nicht erwartet, aber ja, erzähl weiter. Kann ich ja gleich ein bisschen mehr sehen, ähm, und das ist so, das ist so mein Ansporn. Also, ich mach auch sehr viel dafür, ich trainiere sehr viel, also neben dem Stream meine, also jetzt in iRacing wieder mehr, da fahr ich so zwischen fünf, sechs Stunden am Tag. In der ACC wurd's dann irgendwann so von fünf, sechs auf einmal drei, vier Stunden, ne? Und, ähm, ich steck da auch sehr viel Offstream-Zeit rein, um schneller zu werden. Und das ist halt so, ja. Das hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Nee, äh, ja. Weil Blätten, also die Person, Bantastic Blätten, ist für mich eine Content-Nase. Ne? Und Content-Nase ist für mich so, du machst halt Content. Du fährst halt spaßig und yippie, jayee, Schweinebacke und auf geht's. Das hätte ich wirklich nicht erwartet. Aber wo kommt das denn her, also? Ja, also, ich hab nach meiner Schule, hab ich ein BVJ-Jahr gemacht, also Berufsvorbereitungsjahr. Und hab mich in ganz vielen verschiedenen Jobs, äh, versucht. Also, geguckt, was mir so am meisten liegt, so Maler, Tiefbau. Und ich hab da nebenbei schon Thunderstrike 1.6 gespielt. Und dann kam ja CSS raus. Und, äh, da hab ich ein Angebot bekommen für einen Profivertrag für vier Jahre. Und hab dann vier Jahre lang E-Sportler in CSS gemacht. Und daher kommt das eigentlich her. Also, alle Games, die danach kamen, waren eigentlich nur Grind. Also, ich, persönlich hab ich ein Problem hiermit, Sachen aus Spaß zu spielen. Das ist so, ich will, ich mach Sachen, um zu gewinnen. Das ist so. Und, ähm, ja, dadurch kam das eigentlich. So, ich hab halt dann sehr lange, äh, sehr lange dann professionell gespielt. Und dann kam ja CSGO raus. Und dann hab ich persönlich den Anschluss, äh, ein bisschen verpasst. Kam nicht so gut klar. Und dann hab ich gesagt, okay, dann beende ich meine Karriere. Ich hab, für mich persönlich hab ich alles erreicht. Das sind jetzt keine krassen Titel oder sowas. Das ist so, ich war in Österreich auf einer Alarmparty, wo wir gut performt haben. Wenn wir Intel Friday Night Game, ich weiß nicht, das sagen, vielleicht die ganz wenigen nur was. Das sind so Offline-Events in CSS, auf einer Bühne, wo du dann vor Publikum spielst. Das sind so meine persönlichen Highlights, wo ich dann sag, ey, das ist so mein Erfolg gewesen. Und dann kam ja, wie gesagt, CSGO raus. Und dann hab ich so ein bisschen den Anschluss verloren. Und dann kam halt so, dann wurde ich eigentlich Riety mehr oder weniger. Und da hab ich mit AMA 3 angefangen, AMA 3 AP. Und das hab ich dann, das waren auch so meine Anfang-Streaming-Zeiten. Und danach kam nur noch eigentlich sowas wie COD, Fortnite und so die ganzen Riding-Games halt. Und dadurch kommt das eigentlich, dass ich eigentlich immer sehr veranlagt bin, ja, E-Sports zu betreiben. Also jetzt nicht so auf dem Level von HUM oder so, aber so für mich immer oben mit beifahren. Das ist halt so mein Ziel gewesen. Und ja, dann kam ja dieses Simracing irgendwann 2019, 2020. Und dadurch hat sich das dann auch irgendwie, ja, dadurch entstand dann Blätten. Mehr oder weniger. Also die Content-Nase. Man muss aber sagen, die öffentliche Wahrnehmung ist natürlich, dass ich immer nur Content mache. Und dass immer alles lustig ist, jedes Rennen. Ja. Hi, haha. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also Jansky kriegt bestimmt in der Woche, kriegt er jeden Tag mindestens 5-6 Stunden Content von mir. Und ich stream fast daily. Na, da könnt ihr euch ausmalen, dass dann, das sind 4 Rennen oder 5 Rennen pro Tag. Ne, das, das geht natürlich über Woche, deckt sich da schon. Und da ist dann halt auch viel Content bei, ne. Also ich habe genauso viel Content, wie ich liefere, habe ich wahrscheinlich einfach so gute Rennen. Ne, oder es passiert auch gar nichts. Das, das hat sich einfach so entwickelt, ne. Und Jansky stellt das natürlich auch so ein bisschen dar. Ja, das ist so, das ist ja auch das Ziel ein bisschen von den Videos, schätze ich mal. Ja, so Content und so. Das ist, aber das ist, ich mache tatsächlich, glaube ich, sehr wenig Content. Ich bin jetzt auch in 1200 Rennen, hatte ich zwei Bands. Ich schätze mal, das ist normal. So, was ich gehört habe. Und ich glaube, 30 Reports. Also das ist, ich würde sagen, ich bin so normal, was, was das angeht. Naja, die Grauziffer. Bei mir ist es einfach. Ja, mach du. Mach. Bei mir ist es, denke ich, einfach nur, sieht man das einfach ein bisschen mehr, weil ich viel streame und viele Rennen fahre, dass es natürlich dann überwiegend Content ist, ne, für die meisten. Die Grauzone lassen wir mal raus, wo Leute zu faul waren, dich zu reporten. Die anderen. Ja, natürlich. Die anderen 1030. Aber, um deine Frage nochmal zurückzukommen. Ja. Ja, ich entschuldige mich immer. Also, man muss, ich sage das auch gleich, ich habe noch nie jemanden mit Absicht irgendwie rausgeschossen oder habe nie irgendjemanden mit Absicht irgendwie irgendwo hingeschoben. So, das sind einfach Rennsituationen, die manchmal halt entstehen. Manchmal guckt man halt den Chat und dann steht auf einmal einer im Warm-up und dann fährst du den mal hinten rein. Ja, okay. Aber so richtig, so mit Absicht und so habe ich noch nie jemanden abgeschossen. Und, äh, zu deiner Frage, äh, ich weiß, dass überwiegend ich schuld bin. Da sage ich auch immer. Achso, oh, du machst ja gleich alles durch. Cool. Ist schön, Blen. Ja, es ist halt, ja, es ist, ich meine, ich lese ja auch viele Kommentare, auch bei dir oder bei Jansky. Und ich gucke da natürlich schon auch ein bisschen nach, ist ja klar, auch irgendwie. Und man liest halt schon sehr viel. Ich meine, viele können was mit mir anfangen, viele nicht. Das ist vollkommen okay. Habe ich kein Problem mit. Aber ja, manchmal wird auch vieles sehr überspitzt dargestellt zu meiner Person. Und, äh, dass gerade so Sachen wie, dass ich Leute mit Absicht rausschieße oder dass nur, äh, die anderen schuld sind, wer meine Streams verfolgt oder mich, äh, der weiß, ich entschuldige mich immer. Ich gucke auch immer die Wiederholung an. Und, ähm, wenn was mein Fehler war, dann sage ich das auch. Sipp und klar. Aber, ja, es ist halt auch so ein bisschen meine Art von Humor, sage ich jetzt mal, ne. So, na, die anderen. Ich doch nicht. Du Magger. Also, als wäre das jetzt meine Schuld, ne. Es ist halt auch so ein Stück halt mein Humor. Ich denke, den kann man, den kann man ja auch verstehen. Das ist ja, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, ist das ja, äh, nicht, nicht schlimm. Und außerdem, ich sag mal, in der Rennsituation, wo, äh, wo man eh schon noch, äh, mit ein paar anderen Sachen beschäftigt sind, ist das auch normal, dass man dann, äh, einfach mal loslegt. Ich sag zum Beispiel mittlerweile einfach gar nichts mehr dazu, bis ich es mir angesehen habe. Ist manchmal gesünder. Wahrscheinlich schon. Manchmal in der Rennsituation ist auch manchmal ein bisschen, hat man eine andere Wahrnehmung davon. Wenn was passiert, ne. Wie zum Beispiel gestern unser erstes Drei-Stunden-Endo in iRacing zusammen. Ja. So, das in der Schikane, wo der auf einmal weggeflogen ist von mir. Ja. So, für mich, für mich persönlich, weil ich hatte ja auch kein, keine Incident-Points dadurch. Für mich war das die Wahrnehmung, dass der einfach in mich reinfährt. Ja, ja. Das war halt am Ende ein Fifty-Fifty-Ding, okay. Aber es ist halt, die Wahrnehmung ist halt immer, ja. Und ich bin manchmal da so ein bisschen, ein bisschen vorschnell und sag dann auch mal was. Und gerade zum Ende hin, das war ja auch ein Grund, warum ich dann irgendwann gewechselt bin, wo ich dann die Reichsteine gezogen habe, dass ich dann immer sehr schnell beleidigend wurde. und das eigentlich gar nicht meine Art ist. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend so am E-Sports liegt. Aber das deckt sich mit mir auch so ein bisschen. Ich war ja in ACC irgendwann auch nicht mehr so der Langsamste. Also ich bin ja auch viel Split-1 gefahren. Und mir ging das später auch so, wie dir. Das war auch so, wo ich gesagt habe, nee, irgendwas haut hier jetzt nicht mehr hin. Also da ist dann, der Spaß stand nicht mehr im Vordergrund. Und also nicht zwingend beleidigend, aber so uneinsichtig, weißt du? Dass man dann einfach so sofort immer drauf und was gesagt hat, obwohl man eigentlich den Schnabel halten sollte und erstmal kurz gucken sollte. Sehr wahrscheinlich gesünder auf jeden Fall. Ja, das ist auch gerade, habe ich das Gefühl, so eine Entwicklung, die wir durchleben. Gerade so eine ACC-Bubble. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, aber da wird viel gemeckert gerade. Ja. Das auf jeden Fall. Ich denke, es liegt halt auch daran, dass die Leute halt auch immer wieder dasselbe fahren. Also es gibt halt leider nicht viel Content-Abwechslung. Und irgendwann fällt man auch so, das habe zumindest ich für mich wahrgenommen, fällt man auch in so eine gewisse Art Trott rein. Man erlebt immer wieder dasselbe, man macht immer wieder dasselbe, man fährt immer gegen dieselben Leute. Und vielleicht ist das so ein Grund mit, dass die Leute dann auch schneller frustriert sind. Weil man immer wieder gegen denselben fährt, der immer wieder dieselben Fehler macht. Das ist, ich glaube, da kommt man sehr schnell in so eine Spirale rein. Und da muss dann halt jeder für sich gucken, wie er das dann wahrnimmt. Wie gesagt, meine Wahrnehmung war ja dann, dass ich für mich die Reißleine gezogen habe. Was dem anderen sicherlich auch mal guttun wird. Aber das ist halt so. Das muss dann jeder für sich selber merken, wann dann zu viel ist. Ja, es gibt ja zur Not, gibt es ja nachher noch die gelbe Schein-Variante der Reißleine. Unter anderem. Ja. Aber die will man ja nicht kriegen. Ach du, ist manchmal gar nicht so schlecht. Ich habe ja auch eine gehabt, ist ja jetzt auch bekannt. Die hat mir schon ganz gut geholfen. Noch mal ein bisschen nachzudenken und zu reflektieren. Und einfach mal sich Gedanken darüber zu machen. Aber wo du das jetzt gerade sagst, fährst du denn jetzt momentan wieder mehr als vorher? Also bist du so richtig drin? Ich bin so richtig drin, Marga. Also du hast mich damit oval in ein Loch reingezogen. Ich bin ja, muss ich sagen, also ich habe, bevor ich so ein Racing gemacht habe, ich habe nichts mit Real-Life Motorsport zu tun gehabt. Persönlich ist das jetzt auch nicht so mein Ding. Ich fahre einfach viel lieber gern. Und das ist auch, ich fahre zwischen 5, 6 Stunden im Stream. Und dann nochmal die Offline-Zeit. Die hat immer sehr variiert. Also iRacing mit Oval und Road, das, so wie ich sagte ja, mein Tag besteht eigentlich nur noch aus Aufstehen, meine Arbeit machen, trainieren, streamen. Das ist so mein Tagesablauf tatsächlich die letzte Zeit. Und ich finde es geil. Also es ist, ich finde das einfach geil. Das ist genau so mein Ding, was ich am meisten mag. Und wie viel fährst du jetzt so am Tag? Wenn es hochkommt, ja so 7 Stunden, 6, 7 Stunden sicherlich. Also beides kombiniert? Beides kombiniert. Bist du heute schon gefahren? Nee, heute noch nicht. Heute habe ich mir eine Pause gegönnt. Aber ich fahre nachher noch. Aha. Muss ja auf A kommen, dass wir unsere 6 Stunden Footy-Rennen fahren können. Ja, du, da habe ich jetzt, nachdem du das hier so erzählt hast, habe ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich große Sorge, dass das nicht stattfindet. Auch für solche Events, ich trainiere sehr viele. Also ich habe auch sehr viel für das Silverstone trainiert. Also unabhängig von Streamen. An dem Tag davor bin ich, glaube ich, 4 Stunden gefahren. Das ist halt so, ich mag das einfach. Ich liebe das Grinden, ich will schneller werden. Und das merkt man halt immer wieder. Ich bin sehr gespannt auf Fuji, weil LMP bist du ja noch nicht gefahren. Das ist ja neu für dich, aber da kannst du ja auch richtig reingrinden. Das ist richtig. Deswegen, heute werde ich A Lizenz machen und dann ab morgen ist er E Fuji bei Imsach. Dann weiß man, wo man mich findet die nächste Woche. Bristol ist ja auch noch. Bristol ist auch noch. Das muss man auch noch machen. Das wird dann wahrscheinlich eher so, zumindest zum Trainieren, erstmal die Offline-Zeit einnehmen. Aber Streamzeit werde ich wahrscheinlich komplett Imsach fahren. Weil ich muss ja außerhalb von meiner ACC-Bubble, bin ich ja noch nie was anderes gefahren. Also die ganzen Prototypen-Karren, kenne ich alles gar nicht. Oval, Nesca, kannte ich nicht. Das ist alles so, ich finde das so geil, dass ich das alles so gerade frisch erleben kann. Weil für mich ist das alles Neuland. Formelfahrzeuge, alles komplett Neuland. Ich kann alles praktisch neu lernen. Und das ist so, das finde ich aktuell ziemlich erfrischend, weil ich mich da komplett so reinfokussieren kann. Und auch da wieder richtig Spaß habe, richtig zu fahren. Am Ende der ACC-Zeit war das so, man hat seinen Stream gemacht. Ich habe Offline fast gar nichts mehr gemacht. Und jetzt in iRacing, da fahre ich im Stream eine Menge, Offline eine Menge. Ich will mich da reinlesen. Ich gucke viele Videos. Ich informiere mich viel und bin auch schon relativ zufrieden. Also meine ersten Rennen in iRacing liefen auch ziemlich gut. Meine Pace ist ziemlich, ich stätte mal okay. Ja. Reicht noch nicht für Split 1, aber schon auf einem guten Weg. Ja, der ist schon zügig. Ich habe mir auch, für das Ende des Jahres habe ich mir auch ein Ziel gesetzt, 5K. Das ist so, wird ein hartes Programm, aber das brauche ich persönlich, dass ich dann so richtig, dass es dann richtig losgeht. Weißt du? Also in Road 5K oder beides kombiniert? In Road 5K. Ah, Oval 5K wäre ein bisschen schwer, aber Road erstmal. Mal gucken, wo es in Oval entführt. Also, ja, du, du kannst ja auch 5K machen. Sicherlich. Was habe ich denn? 2, 1, 8. Naja, wird noch ein bisschen. Aber ich bin noch nicht so viel gefahren. Oval jetzt. Oval. Aber, äh, wo du das gerade gesagt hast, dass du kein Real-Life-Rennen dir anguckst, äh, hast du denn jetzt doch Kontakt zu Real-Life-Rennen aufgebaut durch irgendwie? Äh, ja. Tatsächlich durch meinen iRacing-Wechsel habe ich angefangen, ähm, mich so ein bisschen mit Oval zu beschäftigen, Real-Life-mäßig. Und ich habe davor auch nie so wirklich Events geguckt. Also, ich habe vielleicht mal ein SAO geguckt, also jetzt auch gerade so eSport-mäßig, habe ich vielleicht ein SAO-Rennen geguckt. Aber, ähm, auch nur so ein bisschen und jetzt seit iRacing beschäftige ich mich mit Real-Life-Racing und eSport-Rennen so. Das, das macht, ich bin da richtig reingetaucht, Marge. Da hast du mich echt in so ein Loch gezogen mit Oval, sag ich dir ehrlich. Also, mit Nesca und so, das ist ziemlich geil, äh, in echt sich das anzuschauen. Ähm, ich kann da viele verstehen, wenn die sagen, die haben da keinen Bezug zu oder sie finden schwer, sich die Begeisterung für Oval zu finden, von außenhalb. Aber, wenn man erstmal versteht, was in Oval eigentlich abgeht oder in Nesca allgemein, das ist halt nicht nur am Kreisfahren, das ist, da steckt richtig Taktik dahinter, das, ja, so kleine Tricks, dass du mal deinen Gegner anschiebst und dass dein Auto unruhig wird, ne. Das, das ist einfach faszinierend und das gucke ich mir gerne an. Und da habe ich jetzt auch in Real-Life, ähm. Guckst du auch schon Rennen, sagst du? Gucke ich auch schon Rennen. Zum Einschlafen, ja. Zum Einschlafen. Da habe ich, ja, allgemein auch so nebenbei mal zum Laufenlassen und so, das ist, YouTube hat da ja alles mögliche, da, das ist geil. Und seitdem, seitdem, ich stecke da voll drin, ne. Also, auch von das Wheel gekauft und ein Shifter und so, das ist, ich habe da so Bock, das zu lernen, das ist einfach, Nesca ist eine sehr, sehr geile Geschichte. Und die kann man, glaube ich, auch nur weiterempfehlen. Ja, wenn man Lust darauf hat und sich darauf einlässt, auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Ja, also, ich weiß auch nicht, wer das dazu kam. Es ist halt einfach, ich habe mir den Stream dann geschaut und war dann so gefesselt bei Denso damals. Und da hatte ich so Probleme mit dem ganzen Hardware-Kram, dass ich dann gesagt habe, das ist alles, das ist schon geil, aber es nervt sich ständig mit irgendwelchen Sachen zu beschäftigen, so. Und, äh, dann kam ja die Mosa und das hat so problemlos funktioniert, dass ich dann gesagt habe, ich will da, ich will da komplett rein. Ich habe auch, ich war davor Righty-Streamer, also ich habe ja seit 2017 angefangen zum Streamen, ähm, war relativ schnell mit Fortnite erfolgreich, also erfolgreich in meinem Sinne. Ich hatte halt so meine 100, 120 Zuschauer, war auch sehr mit einem anderen Streamer, äh, hatte ich sehr viel Kontakt und das hat natürlich auch sehr gepusht, ne, ohne Frage. Und dann hat sich das alles so ein bisschen auseinandergelebt aus verschiedenen Gründen. Und, äh, dann hatte ich auch eine sehr schwere Zeit hinter mir, weil ich dann auch, ähm, sehr viel mit Doxing, äh, gegen mich hatte und sehr viel Hate, ähm, weil ich mich da mit einer anderen Community mehr oder weniger verstanden habe. Und da hatte ich wirklich eine sehr schwere Zeit und wollte eigentlich schon aufhören mit dem Streamen, weil das wirklich sehr extrem war. Also da war von Telefon-Terror, äh, Terror bis Beleidigungen, also richtig harte Beleidigungen, ne, von wegen Spring-Man und so. Also wirklich richtig, richtig üble Dinger, wo ich dann gesagt habe, ey, vielleicht solltest du aufhören. Aber eine gute Freundin von mir hat dann, ja, praktisch dafür gesorgt, dass ich dann weitermache. Und, äh, so ein bisschen hinter mir lasse. Und dann kam ja auch der Name-Change zu Bantastic, davor hieß ich ja Bannerizer. Und das war so mein Neustart für mich in diese ganze, äh, ja, Streaming-Welt. Und dann hatte ich sehr lange, also bis zur ACC-Zeit, das war ja 2020, glaub ich, 2021, hatte ich eine sehr, sehr schwere Zeit. Da sind die Zuschauer auch getroppt und ich hab mich davor ja schon selbstständig gemacht. Ich hatte ja, glaub ich, zwei Jahre, hab ich mir das Ziel gegeben, so mit Fortnite. Da lief es dann ja gut, nach zwei Jahren hab ich mich selbstständig gemacht. Und dann ist das alles relativ schnell getroppt, als das dann da anfing. Und dann kam die, mehr oder weniger die ACC-Zeit und, äh, bin glücklicher als jemals zuvor, tatsächlich. Okay. Allgemein mit dieser ganzen Sim-Racing-Welt. Das hat mir, das ist so mein Ding, es macht mir Spaß, ich bin relativ erfolgreich. Ich kann okay davon leben, es ist alles, also es läuft perfekt. Und nebenbei, neben Sim-Racing, ähm, will ich mir jetzt nebenbei noch ein kleines Geschäft aufbauen mit meinen Button-Boxen. Mhm. Also ich hab da für mich persönlich, als ich mir einen Rig gekauft hab, immer, wollte ich immer eine Button-Box, weil das einfach, ich wollte immer ein schönes Rig haben und das gehört dann halt irgendwie dazu. Und dann hab ich, ähm, ja, gemerkt, so, ich will jetzt nicht unbedingt 300 Euro für eine Button-Box ausgeben. Und dann hab ich einen 3D-Drucker bekommen, den Bambu-Lab. Und dann hab ich ziemlich schnell angefangen, ähm, mich selbst mit sowas zu beschäftigen. Und aus dem Hobby-Projekt, kann man sagen, äh, wurde dann irgendwie ernst und dann wollte jeder eine Button-Box. Und jetzt bin ich ja mittlerweile so an den Punkt gekommen, wo ich, ähm, ja, die mehr oder weniger anbiete. Noch nicht ganz, brauch noch ein bisschen mit Job und so, muss nicht verifizieren, aber das ist so, äh, das ist tatsächlich auch alles, was ich nebenbei mache. Also meine Arbeit mit Streamen und meine Arbeit mit den Button-Boxen und so, das ist persönlich alles, was ich brauche und was ich, was ich mache. Aber das ist ja, ist ja schön zu hören, also, ich wusste gar nicht, dass du welche machst. Ich hab noch nie, hab noch nie eine gesehen. Ja, warte hier, vielleicht sogar zeigen. Ja, das sind so... Oh, die sehen aber echt gut aus. Ja, ich bin da auch relativ zufrieden mit, also die ist auch komplett anpassbar mit Farbe und Name. Ähm, da steckt auch sehr viel Zeit dahinter und sehr viel Geld. Das war eigentlich, wie gesagt, nur so ein Spaßprojekt und das hat sich irgendwie so entwickelt, dass dann die Leute angefangen haben zu fragen, wo man die kaufen kann. Und die, so wie sie jetzt da ist, kostet die 99 Euro. Ja. Und das ist, glaube ich, für die meisten dann halt schon durchaus interessant, weil sie halt nicht jetzt unbedingt 300 Euro ausgeben für eine Button-Box. Und das hat sich einfach so mehr oder weniger dahin entwickelt, ohne dass ich's wollte. Mhm. Und das ist schön, ich beschäftige mich damit. Ich mag allgemein so, seitdem ich einen 3D-Druck habe, so, das ist so mein Hobby geworden. Ich bin auch viel dabei oder gucke, wie ich mein neues Wheel baue und so. Und auch so diese Pedale, die du letztens vorgestellt hast von den Corny-Hobbys. Durchaus sehr interessant. Ich liebe solche Projekte. Ich beschäftige mich sehr gern mit sowas. Und das ist neben dem Streaming etwas, was mich sehr davon ablenkt, weil man braucht ja immer auch eine gewisse Zeit so ein bisschen, ne? Ein Ausgleich. Ein bisschen Auszeit, genau. Und das ist so, das ist all das, was ich mache. Also ich mache nicht viel in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe früher sehr viel Sport gemacht. Ich habe Eishockey gespielt und habe da mir leider eine schwere Verletzung abgeholt und durfte kein Eishockey mehr spielen. Und dann hat ja auch so die PC-Zeit angefangen. Und, ähm, that's it. Also, das ist so mein Leben, mehr oder weniger. Es ist wirklich, kann man sagen, es ist langweilig, aber es ist das, was mich praktisch glücklich macht. Also, ich brauche auch nichts anderes, muss ich sagen. Aber würdest du jetzt wirklich sagen, dass es langweilig ist? Ja, theoretisch streame ich und baue Buttonboxen. Also, für manche möchte das vielleicht langweilig sein. Für mich ist das okay. Wie gesagt, ich, ich, das erfüllt mich einfach so. Ja, aber wenn, wenn dich das erfüllt, dann ist das doch nicht langweilig, oder? Ja, also, ich sag mal, nach außen, nach außen hin kann man schon meinen, dass es langweilig ist. Hat das schon mal jemand zu dir gesagt? Ja. Echt? Ja, 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 sehr viel, sehr oft sogar. Aber, ähm, das ist vielleicht auch ein Stück weit, ähm, da kann ich gleich ein bisschen näher drauf eingehen, ähm, dass ich durch das Stream gelernt habe. Also, die anderen Meinungen sind mir nicht egal. Ich gucke schon ein bisschen, was die anderen Leute über mich schreiben. Aber ich kann das, denke ich, relativ gut verarbeiten. Und wenn mir jemand sagt, mein Leben ist langweilig, weil ich halt nur zwei oder drei Sachen in meinem Leben habe, was mich halt persönlich glücklich macht, so, ich kann drüber stehen. Also, es wurde mir schon sehr oft gesagt. Ja, dann habe ich ja das beschissen, das langweiligste Leben meines, äh, also, da komme ich ja sogar noch drunter. Ja, ist das so? Also, so mit Golf und so? Ja, schon. Spinraisen, Golf. Naja, das ist halt, ich mache halt Sport, ich esse, mache Content, das war's. Naja. Also, ja, das wurde mir tatsächlich schon oft gesagt. Aber ich kann da drüber stehen, ähm, also, ja, ich habe da auch keine Schmerzen mit. Naja, du, solange du happy bist, ist doch alles in Ordnung. Ja, ich bin auf jeden Fall glücklich. Das macht Spaß. Dann ist doch, das ist doch das Wichtigste. Aber sind das so Menschen aus deinem engeren Umfeld, die dir gerne widersprechen wollen, dass man das hier als Arbeit machen soll? Oder, äh, wie kann man sich das vorstellen? Wenn du darüber reden möchtest? Ähm, nee, also, die Leute in meinem engeren Umfeld, also ich sage mal, speziell Familie, die sind fein mit dem, was ich tue, so. Die unterstützen mich auch sehr, aber es waren jetzt so speziell Leute aus dem Internet, mit denen ich sehr lange befreundet war, oder teilweise noch bin. Ähm, das Internet ist halt manchmal ein böser Ort. Ich habe da wirklich, ich bin da sehr abgehärtet. Dadurch, dass ich ja so eine, ah, so eine schwere Zeit hinter mir hatte, mit so, so Doxing und alles, härtet man ja auch ein Stück weit ab. Ähm, glaube, ich kann da auch kurz darauf sagen, dass ich da so ein bisschen, also ich kann das, ich kann das gut verarbeiten, so. Wenn mir jemand sagt, ich bin scheiße, dann ist das so, ist okay, kann ja jeder meinen. Ähm, und das hat man sich halt so ein bisschen angeeignet, ne? So, dieses Abstumpfen mehr oder weniger. Auch so, wenn ich so teilweise bei Jansky Kommentare lese, oder bei dir, oder bei anderen Leuten, wenn einer was gegen mich sagt, äh, ist okay. Ich meine, man kann nicht jeden mögen, ist absolut fein. Ähm, viele sehen dann halt immer nur ein paar Ausschnitte und melden sich dann in Meinungen über jemanden. Aber ich glaube, als Influencer redet man halt so in dieser öffentlichen Wahrnehmung und da muss man halt auch ein bisschen mit umkönnen. Äh, ja. Ja, ich glaube, verhindern lässt sich das nie. So, das ist halt einfach so. Nö, das, also, das, das wird sich nie... Nö. 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 Es ist aber auch am Ende egal so. Tatsächlich ist es egal, ja. Weil, vielleicht muss ja nicht jeder mögen. Das ist richtig. Man muss sich selber mögen und das war's. Das ist vollkommen richtig. Ja. Ja. Manche Kommentare finde ich auch ein bisschen, ein bisschen eigen, muss ich sagen. Also, was manche sich da rausnehmen. Aber da, ich würde mal sagen, da merkt man, an solchen Kommentaren merkt man die eigene Unzufriedenheit des Menschen, der das geschrieben hat. Ja, im Internet ist es halt mal schnell gemacht, einen blöden Satz zu schreiben. Genau. Das ist so. Man fühlt sich halt immer sicher am Ende, das sagen Sie im Internet, oder die meisten. Und deshalb, ähm, ja, hab ich irgendwann angefangen, mich da so ein bisschen abzuschlumpfen, so. Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, das ist mir egal, wenn einer was über mich schreibt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann, dass es mich dann trifft, mehr oder weniger. Sondern, okay, ich hab's gelesen, okay, nöt dein Leben und Tschüss. So auf die Art. Ja. Also, das glaube ich auch am gesündesten, das in die Richtung zu machen. Ja. Als Streamer kriegt man sowieso immer allmöglichen Kram mit. Und ich bin schon lange auf dieser Plattform-Maga. Seit 2012, als das ihn auf Justin-TV hieß. Ja. Seitdem bin ich am Start, hat und ich hab schon einiges gesehen und einiges gehört, das ist... Oh, dann bist du ja auch schon so... Ein schöner Ort, aber auch gleichzeitig eine Vollkatastrophe. Dann bist du ja, äh, fast so oft, ne, dann bist du ja genauso lange da wie ich. Ja, das kommt hin, ja. Ja. Twitch an sich machst du ein bisschen länger. Ich hab, glaube ich, erst 2017 angefangen. Ich hab 13 hab ich begonnen. Das sind per Jährchen. Elf. Zwölftes Jahr jetzt. Passt. Direkt, ne. Puh. Puh. Das, wenn man Schleipsideen hat, ne? Ja, manchmal muss man einfach machen, ne? Naja, du, was, also es ist ja, man muss ja einfach mal das machen, wo man Bock drauf hat. Ist richtig, ja. Und dann, äh, schmeißt man sich in so eine Idee rein und dann macht man das halt einfach. Oh, ne? Guck mal, was draus entsteht, ne? Ich mein, du, du hast ja ja auch nicht Ausgesuchbartenboxen zu bauen, also. Ja, tatsächlich, ja. Ist einfach so entstanden. Ja. Wie viel wirst du davon eigentlich los, so, im Monat? Einfach nur mal, also du musst ja keine, keine Zahl sagen. Das würde mich mal echt interessieren, weil ich hab... Zwischen 5 und 6. Echt? Vom Monat. Das war echt gut. Und das geht aber auch wirklich nur an engere Freunde erstmal raus, weil das so Prototypen sind und man das ja auch jetzt, nicht irgendwie... Die verändert sich halt ständig. Ich habe, glaube ich, innerhalb von einem halben Jahr vier verschiedene Versionen, als sich das so schnell entwickelt hat. Also, die erste Buttonbox, die war so lang und alle schräg drauf und jetzt ist da mittlerweile sowas entstanden und, ähm, ich glaube, das ist auch die finale Version, so wie sie ist. Und dann mal gucken, wenn der Shop online ist, wie viel es dann wird, aber so, die letzten Monate waren es immer so zwischen 5 und 6. Das ist doch echt cool. Also, bin ich sehr gespannt drauf. Ich auch. Ich habe auch keine Ahnung, wo es hinführt. Äh, Denso hat mir auch ein sehr interessantes Angebot gemacht. Echt, ja? Dass man da vielleicht ein bisschen drüber reden kann für den Shop, ne? Aber, das ist alles noch ein bisschen Zukunftsdenken und ich habe da auch mir ehrlich gesagt noch nichts so wirklich vorgenommen mit den Buttonboxen. Das war, ich weiß selber noch nicht mal, wie das überhaupt entstanden ist, dass ich an diesen Punkt angekommen bin. Ja, du bist da jetzt einfach und dann ist gut. Ja, ich bin da einfach. Du bist da jetzt und so ist das jetzt. Genau. Aber ist doch cool, freue ich mich für dich. Aber ja, was für ein langweiliges Leben. Also, erwürgt euch. So boring. Ja. Findest du, also du hast ja, du hast ja selber gesagt, du findest dein eigenes Leben nicht langweilig, oder? Es ist okay. Also es ist jetzt nicht super langweilig, aber es ist jetzt auch nicht super aufregend. also tatsächlich, äh, deswegen, ich, wenn mich Leute fragen, ob ich Lust auf einen Podcast habe, dann zögere ich auch immer ein bisschen, weil ich wirklich nicht viel zu erzählen habe. Also ich bin wirklich ein stinkender normaler Mensch, ich mache nichts super aufregendes oder super spannendes in meinem Leben, wo ich dann erzählen kann, sondern ich mache einfach, ich lebe einfach vor mich hin. Das ist einfach so. Du, das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Content-Creator-Krankheit, Blenden. Weil wenn mich das einer, wenn mich das einer fragt, ne? Ja, du, ich lebe halt ein ganz stinknormales Leben. So, aber wenn du denn mal so ein bisschen drüber nachdenkst, oh, naja, vielleicht ist das ja doch nicht so stinknormal. Na. So, weil, ich hatte dieses Gespräch letztens auch mit jemandem, der so, also gar nichts mit der ganzen Welt zu tun hat, ne? Ja, was machst du denn so den ganzen Tag? Und dann sitzt du halt da, ja, du, ich führe ein stinknormales Leben, ich stehe auf, ich arbeite und gehe wieder schlafen, so. Ja, aber, was machst du denn so? Und dann kommst du ja richtig so ans Grübeln und Nachdenken, so, ne? Und ich weiß nicht, ob du solche Momente auch mal hast, wo du so da sitzt und einfach mal zehn Minuten im Gedanken schmelgst, da wird einem sehr schnell auffallen, dass das so langweilig gar nicht ist? Ja, ich schätze mal, wenn ich mal tiefer drüber nachdenken würde, dann ist das tatsächlich so. Also, was ich sehr oft habe, ähm, und das ist in letzter Zeit irgendwie so ein bisschen häufiger, manchmal sitze ich hier in meinem Rick, ich mache wirklich alles in meinem Rick, also ich habe einen supergeilen Schreibtisch, mit einem supergeilen Stuhl, alles drum und drei, aber ich sitze nur in meinem Rick, wirklich. Und manchmal sitze ich hier und denke mir, ey, wie ist das passiert? vor, vor ein paar Jahren sitze ich noch hier mit zehn Zuschauern, weil alles im Bach runterging und auf einmal sitze ich hier, hast ein 6.000-Euro-Rick hier stehen und denkst dir, ey, wirst du eigentlich für ein geiles Leben manchmal? Manchmal muss einem das so eigentlich mal bewusst werden, ne? Ich meine, ich stehe auf, wann ich will, ich arbeite, wann ich will, ich kann machen, was ich will und das ist sicherlich ein Privileg, das hat nicht jeder und das muss einem manchmal, manchmal vergisst man das, also ich muss sagen, manchmal vergesse ich das sehr sogar, aber das ist eigentlich ein unfassbar geiles Privileg, das ich mir aufgebaut habe. Natürlich habe ich auch sehr viel dafür getan, also das ist mir nicht alles irgendwie in den Schoß gefallen und ich saß hier einfach und das ist so gekommen, ich habe sehr viel dafür getan, aber ich bin jetzt an einem Punkt, da kann ich theoretisch machen, was ich möchte und mir geht's gut, ich muss mir um nichts Sorgen machen und das ist geil, also da bin ich auch sehr stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil ich eigentlich ein kleiner, fauler Hund bin, wenn man es genauer nehmen will, also ich bin wirklich manchmal ein sehr fauler Hund, aber ich habe es tatsächlich so für mich im Leben geschafft und das, da bin ich sehr stolz drauf. Also meine Theorie kommt mir das so ein bisschen hoch. Meine Theorie ist eigentlich, Blätten, dass Menschen, die faul sind, nur noch nicht das Richtige gefunden haben. Könnte man meinen, also wenn ich mir das mal, ich weiß nicht, schreibt das mal in die Kommentare, ob euch das auch so, ob ihr das auch so seht oder ob euch das auch so geht. Ich habe mein Studium Blätten, ich war vier Semester da, danach war ich nie wieder in der Universität. Also ich habe mein Vordiplom, da musste man da sein und danach, tschüss. Ja, es ist, ich hatte auch damals die Wahl, hat sich ja, ich habe ja dieses BVJ gemacht, und habe mich in vielen verschiedenen Jobs versucht. Da war wirklich alles dabei, von Maler bis Tiefbau, über Fensterbauer und dann hatte ich ja dieses Angebot bekommen und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe nicht zweimal darüber nachgedacht, ob ich das tue oder nicht, weil sicherlich wäre es schlauer für mich im Leben gewesen, wahrscheinlich eine vernünftige Ausbildung zu kriegen, aber das hat sich, das war von vornherein, hat sich das einfach so ergeben. Ich habe ohne zu zögern, habe ich das Angebot angenommen. Das war zu der Zeitpunkt, ist das natürlich nicht so, das was du heute verdienst, für einen ordentlichen E-Sportler. Das waren meine 400, 500 Euro oder was das waren. Die kriegen ja mittlerweile alle, die kriegen ja mittlerweile alles bezahlt. Und dann hat sich das einfach so bei mir entwickelt. Ich muss sagen, ich habe eigentlich immer schon immer sehr ein glückliches Leben geführt, irgendwie, ohne dass ich mir über irgendwas Sorgen machen musste oder irgendwie Ausbildungsstelle. Das hat sich so entwickelt. Natürlich wäre sicherlich schlau gewesen, hätte ich das gemacht mit einer Ausbildung, aber das hat sich einfach so, das hat sich einfach so entwickelt. Nach der Prozesse, also nach der professionellen Spielen kam dann halt schon direkt Twitch. Und das lief von Anfang an dann schon so gut, dass das auch gar nicht zur Debatte stand, ob ich dann irgendwie so gelbmäßig dann irgendwie was anderes machen muss. Sondern das hat sich einfach von einem Punkt zum anderen gezogen. Und jetzt sitze ich hier und ja. Lebst du denn noch mit der Familie zusammen? In einem Haus, aber ich wohne praktisch oben. Ja, ich denke, um das mal in Relation zu setzen, weil ich denke, dass das vielen diese Informationen eventuell, wo die dann sitzen und sagen, hä, wie kann das denn sein, hä? Das macht natürlich einen großen Punkt aus. Ja, ja. Natürlich, aber ich sag mal so, ich wäre finanziellmäßig auf jeden Fall in der Lage, was Eigenes zu holen, aber es ist auch immer, ich bin ein sehr Familienmensch. auch die ganze Familie wohnt hier im Umkreis. Und das ist, ja, das ist einfach so, also... Ist doch aber schön. Also ich meine, es ist doch schön, dass du die Möglichkeit hast, dich so auszuleben. Definitiv, ja. Und ich meine, jetzt hast du ja scheinbar deine Passion gefunden. Definitiv, ja. Ich verstehe bis heute noch nicht so ganz, wie das mit ACC so passiert ist, dass ich an den Punkt gekommen bin, wo es dann, ich sag mal, explodiert ist. Ähm... Wenn wir jetzt genau genommen sind, also entstand es ja eigentlich nur, weil ich schlecht war an der ACC. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ist das ja tatsächlich so entstanden, ja. Durch meine Dummheit entstanden witzige Clips und das hat sich so gespreadet. Wirklich. Manchmal verstehe ich das selber nicht, wie das so explodieren konnte. Ich habe eine Zeit lang die ACC-Clips alleine gefüllt. Also da hast du nur noch meine Clips überall gefunden. Da war nichts anderes mehr. Da waren nur noch überall Blätten, Blätten, Blätten. Und irgendwie auch so, also ist jetzt zumindest meine Wahrnehmung, in so dieser Crime-Time, wo dann so Jansky angefangen hat, war auch irgendwie die Wahrnehmung immer so Blätten, Blätten, Blätten so. Und die anderen, die halt auch immer so daily mit bei waren, so wie so ein Dennis oder so, die hast du dann irgendwie so ein bisschen weniger gelesen. Weiß ich nicht, vielleicht warum das da so explodiert ist, so um meine Person rum. Kann ich bis heute nicht verstehen. Aber ich glaube, muss ich auch nicht so wirklich hinterfragen, weil es läuft. Ich bin glücklich. Es läuft. Aber verstehen so richtig kann ich das auch nicht, wie das um meine Person wieder so entstanden ist. Ich glaube, das kann man generell nicht verstehen. Also ich zum Beispiel kann alles um mich herum auch nicht verstehen. Nichts von alledem, Blätten, ist für mich in meinem Kopf auch nur ansatzweise greifbar. nichts. Also die ganzen zwölf Jahre, I don't know. Und ich habe wirklich schon, also ich selber habe ja wirklich schon viel gesehen und viel gemacht und Werbung gehabt, die auf ganz Twitch geschaltet wurde mit meinem Gesicht. Also war wirklich alles, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, weil ich stehe genauso auf wie alle anderen auch, putze mir die Zähne wie alle anderen auch. Das ist genauso wie jetzt gerade diese ganzen ich sage mal Projekte oder diese ich nenne es jetzt einfach mal Schnapsidee YouTube. Also bei ich verstehe es bis heute nicht. Ja, vielleicht ist das auch so ein Streamer-Ding, dass man das auch nie wirklich verstehen kann. Es ist einfach so, man hat ja auch immer selbst eine andere Einschätzung so, was die nach außen hingeht. Ich persönlich finde mich nicht so witzig, wie es andere anscheinend tun, aber das ich glaube, das geht fast jeden so. Ich meine, es ist halt ja nicht immer gleich und es gibt Leute, die mögen mich, es gibt Leute, die hassen mich, aber am Ende ist halt wie es noch. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. Es läuft. So ein Ding ist das. Man kann sich unterhalten. Man hat was zu essen. Man hat was zum Schlafen. Man hat ein Dach über dem Kopf. Es läuft einfach. Genau. Es läuft. Ja. Ist doch schön. Ich glaube, mehr braucht man auch nicht. Hast du dich schon mal Gedanken gemacht so für die nahe Zukunft? Oder sagst du einfach so, ach du? Nicht so wirklich. Also, ich habe mir persönlich für meine Buttonboxen so vielleicht einen Jahresplan mehr oder weniger geschrieben, wenn das wirklich anfangen laufen sollte, wo ich hin möchte, so. Und für mich das ja. Aber ansonsten, ich schläbe für mich hin. Ich gucke, dass ich meinen Kram ordentlich hinkriege, den ich so mache. Und alles andere ergibt sich dann ja meist eh. Also, alles, was ich bis jetzt in meinem Leben geplant habe, ist nie wirklich so gelaufen, wie ich mir das irgendwie erplant hätte oder geplant habe. Das ist, ja, immer situationsbedingt. Bin ich mal gespannt. Du lässt das quasi einfach plätschern. Ich lasse laufen. Es läuft. Es läuft. Siehst du, das wird das neue Ding. Es läuft. Es läuft. Ja, das ist, vielleicht wird das dein neues, wie sagt man denn, Steckenpferd. Es läuft. Es läuft, ja, wahrscheinlich. Das kannst du heute Abend gleich ins Stream reinpacken, wenn du auf A gekommen bist. Läuft. Es läuft. Gleich in den Titel rein. Gleich in den Titel rein. Das ist, also für mich ist das super interessant, mal diese Geschichte zu hören, weil, wie du selber schon sagst, also, du bist ja auch sehr bescheiden, könnte man sagen. Also, du stellst dich ja auch sehr bescheiden dar, sehr ruhig. Ich hatte, zwischenzeitlich, bin ich ganz ehrlich, weil wir beide ja contentnah sind, wir können ja miteinander so reden, also, wirklich, ich habe gedacht, so zwischenzeitlich, wie viel Gras raucht er eigentlich. Die Frage stelle ich mir schon seit, seit ungefähr 40 Minuten, wie viel Gras inhalierst du so in der Woche, Alter, um auf dem Level von, ich bin komplett entspannt, und es läuft. Da habe ich eine passende Antwort, nämlich genau gar nichts, genauso wie Alkohol. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Das habe ich mir irgendwie über Stream abgewöhnt. Du bist halt einfach so Grundnatur chillig. Baldrian, irgendwie sowas in die Richtung? Gar nichts, nee, nee, nee. Ich bin, ich rede auch nicht viel, außerhalb meines Streams. Ich habe auch nie, wie gesagt, irgendwas zu erzählen. Ich mache auch nicht viel. Deswegen erzähle ich auch wenig. Also, auch wenn ich so mit Mates rede, also klar, wir reden halt ein bisschen, aber ich habe jetzt nie irgendwie super viel zu erzählen, deswegen bin ich dann meist einfach ruhig und bin so eher der Zuhörer. Das ist einfach so. Also jetzt gerade unterhalten wir uns schon 56 Minuten und anderthalb Stunden davor haben wir auch schon gequatscht. Ja. Also, das haut nicht so, die Aussage haut nicht so hin. Ist ja auch jetzt ein bisschen was anderes, ne? Ist ja, ich denke, du verstehst. Ja, ja, klar. Privat und vor der Kamera ist sie ja immer so ein bisschen, zumindest bei mir, sehr unterschiedlich. Also, ich kann natürlich, so wie ich im Privaten bin, kann ich natürlich nicht im Stream sitzen. das, also könnte ich schon, aber das ist halt auch irgendwie dann, ich bin halt so, im Stream bin ich ein kleiner Quatschkopf, na, der mal ab und zu Quatsch macht, aber im Privaten bin ich wirklich ein ganz ruhiger, quatsch nicht viel, ich mach einfach mein Kram und gut ist. Tatsächlich, ja. Also Ende, bis wann hast du dir jetzt deine 5K gesetzt eigentlich? Bis Ende des Jahres. In Road, ja? In Road, und dann will ich auch eine Menge viel tun. Okay. Ja, ich bin, ich bin sehr ehrgeizig, aber wenn ich was erreichen will, dann tue ich was dafür und in der Regel erreicht das auch und wenn nicht, dann tue ich noch mehr dafür, bis es dann klappt. Ja, aber nicht, dass du dann wieder tilt wirst. Nee. Das würde ich schade finden. Ich glaube, das Feld sein kam nicht dadurch, dass ich besser wurde oder mehr Elo hatte. Also, war sicherlich auch ein kleiner Grund mit, aber ich glaube, der Hauptgrund war dieses, dieses ständige das Gleiche machen und immer seit eineinhalb Jahren Daily, immer nur Daily fahren, immer nur Dailys, jeden Tag, die ganze Woche lang. Ich glaube, das war so mit der Grund. Was ich mir in iRacing ein bisschen besser vorstelle, weil wenn ich merke, ich vertilt oder es wird ein bisschen zu viel, habe ich immer noch Auswahl. Dann kann ich mal eine Woche oval fahren, wo ich mir dann die Auszeit nehme oder ich fahre, keine Ahnung, eine Runde Formel-Fahrzeuge oder so. Ich glaube, das ist der Ausgleich, der mir gefehlt hat, weil ich habe auch gemerkt, in der ACC-Zeit, habe ich dann angefangen, nach dem Stream sehr viel anderes zu spielen. Also ich liebe auch solche Games wie Farming Simulator oder Satisfactory. Irgendwas, wo ich einfach Kopf aus und komplett reingehen kann. Das hat mir dann irgendwie dann in ACC gefehlt, weil es dann halt immer nur das Gleiche war. Ich glaube, das war so der ausschlaggebende Grund, dass dann so Tilt wurde, mehr oder weniger. Ich habe nebenbei, also ich könnte nicht mal mehr irgendwas zocken. Das habe ich ja auch irgendwie verlernt, dass, ähm, ich, ich verstehe, was du meinst. Ähm, ich habe früher auch sehr gerne Storygames gespielt und, ähm, ich kann das nicht mehr, also ich konnte das nicht mehr off-stream machen. Also gar nichts mehr. Alles, was ich gemacht habe, war streamen. Und wenn ich, ich sage jetzt mal, keinen Bock auf den Hauptstream hatte, dann habe ich mir einen Zweitkanal gemacht und habe da einfach den angemacht und habe gezockt. Aber so richtig off-stream konnte ich nicht mehr spielen und das fand ich irgendwie schade und dann habe ich mir irgendwann die Zeit dann genommen für mich selber und habe gesagt, ey, das lernst du jetzt wieder auch vernünftig, für dich selber auch mal Sachen zu haben und nicht immer alles im Internet zu teilen. Also ich teile super gerne alles im Internet, ich erzähle denen super gerne alles über mein Leben, aber manchmal muss ich auch Dinge einfach so für mich selber machen und das habe ich dann mit dem Spielen mir dann irgendwie wieder so ein bisschen zurückgeholt, sage ich mal, dass ich dann, auch wenn ich keine Zeit habe, ich nehme die Zeit. Also da müssen dann andere Sachen auch mal drunter leiden, aber die Zeit will ich mir dann auf jeden Fall nehmen, dass ich dann mal eine Stunde zocken kann oder zwei für mich ohne Stream. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, du. Das ist super erfrischend manchmal. Also ich weiß, dass ich heute noch mal fahren werde. Das auf jeden Fall noch. Aber ich weiß, ich wusste wirklich nicht, wann. Aber dafür gucke ich jetzt beim Einschlafen Let's Plays. Das mache ich. Let's Plays. Ja, darüber mache ich das. Ich gucke halt zum Beispiel so ganz kaputte Menschen, die in Satisfactory einfach komplett Banane sind. Also wo du wirklich da sitzt und denkst, alles klar, okay. Ja, ich bin einer davon. Ich habe eine Stadt gebaut. Ja. Aber das sind halt, aber da spiegelt sich halt wieder der Grind wieder. Das sind so Games, wo ich einfach reingrinden kann. Ja. Ich kann da einfach 12, 13, 14, 15 Stunden theoretisch am Tag spielen und das und einfach Kopf aus dann rein. Das finde ich so geil. Ich auch, aber ich kann das nicht mehr streamen. Also ich könnte zum Beispiel, ich könnte eine ganze Woche lang komplett nur Anno spielen und nicht ein Wort sagen. Oder Satisfactory oder sowas. Da habe ich persönlich für mich, ich habe da mir einen Zweitkanal erstellt, weil ich möchte, dass mein Hauptkanal nur aus Racing besteht. Ja. Weil ich halt in diese, meine Persönlichkeit rund um Blätten soll Racing sein. Ja. Oder soll künftig Racing sein. Und so Sachen dann wie Satisfactory oder LS oder wenn jetzt hier das neue LS rauskommt, da bin ich halt auf meinem Zweitkanal unterwegs. Ja. Und da habe ich dann für mich selber auch nicht so den Anborn oder den Anspruch richtig viel Content zu lieben, wie ich es zum Beispiel auf dem Hauptkanal habe. Da bin ich einfach ganz gechillt in meinem Stuhl. Wenn ich mal drei Stunden die Fresse halte, dann halte ich mal drei Stunden die Fresse und sage halt nichts. Aber dafür ist dann für mich praktisch der Zweitkanal dann auch da. Das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, Mensch. Du hast ja natürlich durchaus weniger Zuschauer als auf dem Mainkanal. Aber wie gesagt, ich denke, das spielt dann irgendwie auch. Also ich persönlich habe mir auch irgendwann angewöhnt, die nicht mehr auf Zahlen zu achten. Ich sehe gar keine. Naja, also ich kriege nach dem Stream kriege ich mal so eine Benachrichtigung, wo ich das sehe und ich muss natürlich auch meine monatlichen Reports machen für meine Sponsoren. Ja. Da sehe ich das schon. Also ich weiß schon, was mein großer Durchschnitt ist. Aber so persönlich Zahlen, ich habe das eine Zeit lang gemacht und das hat mich, wenn ich ehrlich bin, das hat mich im Kopf kaputt gemacht. Also dann hast du mal 100 Zuschauer gehabt und dann denkst du, boah ey, mal scheint es auch ein bisschen was richtig zu machen und dann hast du nur noch 10 gehabt. Denkst dir, war ich jetzt nicht witzig genug? Hast du nicht genug erzählt? Und das sind so Fragen, die stellst du dir dann irgendwann? Ja. Und irgendwann habe ich dann angefangen, das einfach nicht mehr nicht mehr drauf zu achten. Und seitdem, das kann ich auch nur wirklich jedem Streamer empfehlen, es macht einfach freier. Du bist nicht mehr so verkrampft, du bist nicht mehr so was muss ich denn jetzt machen für Klick, sondern du machst einfach das, du kannst einfach frei raus machen. Dieses auf Zahlen gucken, das manipuliert einen schon sehr, sehr arg. Das ist übrigens die perfekte Überleitung, Blätten. Du kennst das Minigame? Ich kenne das Minigame nicht. Was? Du kennst das Minigame aus dem Podcast nicht? Ah, das mit den Kommentaren. Ja, 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 ja. Da sind wir ja jetzt bei Zahlen. Bei Zahlen. Bei Zahlen, Blätten. Also, na. Ich schmeiß das nur mal in die Runde, dass du es schon mal gehört hast, ja? Also, schon im Hinterkopf so ein bisschen mal die feuchte Bohnen ein bisschen quackern lässt. Ich bin gespannt, was du für eine Zahl sagst, aber ich kann das, was du gesagt hast, übrigens nur unterstützen. Also, ich sehe gar keine Zahlen mehr. Ich schreibe nicht mal mehr Reportings. Ich gucke mir auch meine Reportings nicht mehr an. Also, selbst wenn ich Screenshots mache als Proof für Sponsoren, sehe ich die Zahlen auf dem Dings nicht. Ich gucke sie, also, ich bin wirklich so weit, dass ich mir die nicht mehr angucke. Der Witz ist aber an der ganzen Sache, meine komplette YouTube-Statistik sehe ich fünfmal am Tag. Und da juckt mich das gar nicht. Ja, ich weiß nicht, warum, aber das ist bei mir auch so. Also, ich mache seit ein bisschen längeren jetzt jeden Tag einen Short auf YouTube, lade ich da hoch. Und ich bin auch auf, wenn du dich allein in diese Editor da reinklickst, dann siehst du ja schon, wie viel auf deinem Kanal waren und wie viele Likes die haben und so, wie die abgeschnitten haben. Ich weiß nicht, warum das ist. Ey, würde da einstehen, das wäre mir so egal. Ja, ist bei mir auch so. Mir ist das bei YouTube so egal. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, vielleicht, weil das so das Main-Ding so Twitch ist und dass ich dann irgendwie weiß auch nicht, warum das so ist. Na, das Gute ist ja, den YouTube-Kanal hier, also um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, den teile ich mir ja. Ich bin hier nur, ich bin hier nur Teilbesitzer. Also, der gehört mir nicht zu 100%, sondern nur zu 50% gehört mir der YouTube-Kanal. auch wenn er meinen Namen hat. Ich denke, das wissen viele Leute gar nicht, aber das kann ich sagen, dass mein Cutter und meine Wenigkeit, weil das dieses ganze Projekt auf ja, seinem Gehirnschmalz auch mit entstanden ist, habe ich halt gesagt, okay, pass auf, wir machen das super simpel, wir machen 50-50. Und mir gehört er nur zur Hälfte. Und ich glaube, seine Hälfte im Gehirn ist die Hälfte, die da drauf guckt die ganze Zeit. Dafür ist aber seine andere Hälfte bei Twitch komplett aus. Und das teilen wir uns quasi. Wahrscheinlich, ja. Ja. Ich denke, das kann schon gut sein. Und bei YouTube ist das halt einfach so, ja, du, es ist halt, wie es ist. Ja, YouTube würde ich auch gerne aktiv betreiben, aber ich habe leider keine Ahnung von Cutten. Und ich glaube, ein Cutter zu holen für die Anfangszeit, weil man auch gar nicht weiß, ob das überhaupt läuft und so, auch ein bisschen, weil die müssen natürlich auch was verdienen, ist ja ganz klar. So ein bisschen YouTube und ich so, ich will, ich habe gute Ideen, aber die Umsetzung ist dann meist immer schwierig, weil wenn ich sie dann selber dran versuche, neben den Stream und den Buttonboxen und dann noch Videos schneiden, dann wüsste ich gar nicht mehr wahrscheinlich, nicht, wo mir der Kopf steht. Hat das... Äh... Ah. Ja, da kann ich dir jetzt eine Dreiviertelstunde Monolog vor den Latz knallen, aber ich, also ich kann das, ich kann das nachvollziehen, so, ich habe jetzt zum Beispiel September sehr, sehr verrückter Monat und Oktober wird noch verrückter und beides gleichzeitig betreiben ist schon ein immenser Kraftaufwand. Definitiv, ja. Also selbst, wenn ich keine Videos schneide, danke an dich, Paul, also wo wirklich jemand da ist, dem ich zu 100% vertrauen kann, also da muss ich mir auch gar keine Gedanken machen, das ist halt, du musst das ja erstmal produzieren auch noch, ne? Das ist richtig, ja. Ja. Ich denke, manchmal ist es sinnvoll, erstmal eine Sache richtig abzuschließen, um dann was Neues einzufangen. Aber für dich ist ja vielleicht einfach interessant, es gibt ja super viele auch AI-Tools, die gut schneiden, also auch so Shorts und so. Damit mache ich ja auch schon meine Shorts, mehr oder weniger. Ja. Also nimmt trotzdem ein bisschen einen Zeitanspruch, aber das hilft auf jeden Fall im Zeitmanagement auch ein bisschen. Ja. Das ist schon okay. oder einfach mal eine Stunde weniger fahren, ne? Bei einer Option, aber da werde ich auch langsamer. Ja, damit habe ich mich persönlich mittlerweile arrangiert. Also für mich ist es so, ich würde auch gern noch schneller fahren, aber manchmal ist halt einfach geht nicht. Ich weiß auch immer, wie viel, wie viel, Frage, wie viel Zeit man da reinstecken möchte. Ja. Ja, aber das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ja, ja, auf jeden Fall. Wenn du sagst so, du willst ballern, dann baller. Ist doch heuer frei, Marianne. Also ich drücke dir die Daumen, dass du 5K schaffst Ende des Jahres. Ich auch. Und dann hoffe ich, dass du mich in der Oval nicht überholst. Oval, ja, da bist du schon eine Hausnummer, aber ich bin, ich weiß gerade gar nicht, ich weiß gerade gar nicht, was haben wir denn in der Oval, 2,5. Ja, wir hatten jetzt letzte Woche, war nicht so gut, ich war mal bei 2,9. Weil seit einer Woche habe ich schon 1,8, also mal gucken, wo es hinführt. Da überholst du mich auch noch, aber das ist okay, dann sind wir im selben Split. Dann kann ich dich endlich mal anstupsen. Ja, zum Beispiel. Ja. Ah, Blätten. Mann, ohne Scheiß, da hast du mich wirklich in so ein Loch hingezogen mit Oval. Das ist, mein, beschäftigt mich so viel damit, ne? Das ist wirklich verrückt. Ich lese mir so viel durch, ich schaue mir Videos an, wie verrückt, das ist einfach eine geile Geschichte. Naja, und jetzt Fuji mache ich ja genau dasselbe. Da ziehst du dich jetzt. In LMP2. Ja. Ich dachte, wie es ist, Blätten danach ist vorbei mit GT3 fahren. I promise, ja, also wirklich, ich habe damit angefangen, ich fahre keine GT3s mehr. Ich bin jetzt mit dir wirklich GT3 gefahren, einfach weil ich gesagt habe, okay, lass mal wieder GT3 fahren. Ich fahre, ich fahre die Dinger nicht mehr. Ja, gucken, wie sie mir gefallen werden. Wenn die richtig geil sind, dann kann das schon durchaus passieren, aber dann habe ich noch mehr zu fahren. Das ist so ein, ja, ey, ohne Scheiß, die Leute können das meistens gar nicht nachvollziehen, wenn ich denen sage, ey, ich weiß nicht, was ich, also fünf Tage Streamen reichen einfach nicht mehr aus. Es reicht einfach auch gar nicht mehr, weil wenn du eine Woche hast, wo nur gute Strecken sind, willst du ja eigentlich alles fahren. Das ist richtig. Ja, und dann die ganzen Projekte nebenbei. Ja. Als Streamer kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja gut, du darfst ja jetzt alle anderen Menschen, die jetzt nicht Streamer sind, die müssen halt arbeiten gehen, die können das ja auch nicht machen. natürlich, natürlich. Jeder hat ja, jeder Mensch hat ja den ganzen Tag was zu tun. War jetzt, war jetzt speziell auf deine Situation gemünzt. Ja, ich wollte das nur noch mal ins richtige Licht rücken, nicht, dass Menschen dich missverstehen. Ne, ne, das war so nicht gemeint. Ja, okay, okay. Du, Blätten? Ja. Ich finde, wir hatten ein sehr schönes Gespräch heute. Ja, ich auch. Und man konnte dich kennenlernen. sehr frisch. Fand ich auch. Ich freue mich auf Sonntag, also, unser Sonntag, das ist jetzt der 22. Wann der Podcast kommt, weiß ich nicht genau, aber ich denke, wenn Paul Blätten liest, dann wird das sehr schnell passieren. habe ich gehört, nehme ich an. Aber Blätten, ich brauche von dir noch was. Ich brauche von dir das Outro. Der Gast schließt immer den Podcast ab. Das sage ich dir jetzt. Also, du hast die letzten Worte und du beendest den Apparat hier. Du kannst für alles Werbung machen, was du willst. Das ist völlig fein. Du kannst deine Mutti grüßen, deinen Papa, deine Partner, deine, wen auch immer. Ne, ist alles cool, ist alles fein. Du kannst doch gerne sagen, dass ich doof bin. Das ist auch in Ordnung. Und dann brauche ich von dir noch eine Zahl für Kommentare. Was machen wir unter dem Video? Da ich ja die 5K-Edo will, sage ich 500. 500 Kommentare? Das kriegen wir hin, oder? Naja, naja, da müssen die Leute mal in die Tasten hauen. Ich habe jetzt wirklich, also, ich sage mal so, ich habe das, dieses Minigame mit Tim Heinemann angefangen, der hat nur 163 gesagt, ne, dann kam, irgendwann kam dann Noah, der hat ein bisschen mehr gemacht, dann kam Mabix, der hat eine, eine richtige Nummer geleistet, so, ne, und dann Jansky, so, und dann hat sich da so, so zwei Lager, würde ich sagen, jetzt mal gebildet, aber du gehst ja gleich oben bei den ganz großen Fischen rein. Ja, sicher. 500. 500. Für die zwei Content-Nasen. Du, aber Blätten, pass mal auf, da wir beide ja Content-Nasen sind. Bist du damit einverstanden, wenn ich sage, dass du mir was anbieten musst, wenn du es nicht schaffst, in Zeitraum X? Ich bin ja offen für ehrlich, schieß los. Ich überlege gerade, was machen wir beide? Du und ich, was, was machen wir Schönes? Was machen wir denn? Lässt du dich darauf ein, dass uns, äh, die, die Leute in den Kommentaren was vorschlagen dürfen und wir picken das, aber wir wählen jetzt den Zeitraum aus. Bist du, bist du dafür, ich wäre offen dafür. Ich bin offen. Ich bin, ich bin für jeden Scheiß, bin ich zu haben, Mager. Okay, pass auf, Blätten, dann machen wir jetzt einen Deal. Du gibst mir jetzt einen Zeitraum, den du persönlich realistisch findest, wenn du 500 erreichen kannst. Und wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, das tragen wir uns in den Kalender ein, führen wir ein Gespräch on stream, dass man uns dabei sieht und wir lesen beide die Kommentare und Chats dürfen sich daraus dann was aussuchen. Oh, Jesus. Ja, okay. Boah, 500 Kommentare. Was ist realistisch? Ich schätze mal, wird auf jeden Fall ein bisschen länger als einen Monat dauern, schätze ich mal. Ich habe jetzt so die von den restlichen Gästen nicht die Kommentare gezählt, aber ich sage jetzt einfach mal zwei Monate. Ende Oktober? 1. November? 1. November. Ich gucke kurz in den Kalender, was der 1. November ist, dass das auch ein guter Tag ist. Der 1. November wäre sogar ein Freitag. Na, siehst du? Perfekt. Gut, Blätten. Ich trage mir jetzt hier ein. 1. November, 20 Uhr ist Freitag. Gespräch mit Blätten. Krieg mal hin. Mit Blätten on stream. Gut, du alte Content-Nase. Ich habe es in meinem Terminkalender. Ich hoffe, du hast dir das auch notiert. ist das so ein Streamer-Ding, dass man sich immer auf sowas einlässt? Ich lasse mich auf... Nee. Ich lasse mich immer so auf so ganz verrückte Dinge ein. Und ich weiß nicht warum, aber es macht einfach irgendwie Spaß. Nee, ist es nicht, aber man macht halt gemeinsam Content zusammen. Und dann kann man ja irgendeinen Käse zusammen machen. Das ist richtig. Ich sehe die zwei Content-Nasen schon auf. Ich kann ein Foto posieren. Ich sehe uns ja den Content-Nasen-Kalender machen. Oh. Ich sehe uns den Content-Nasen-Kalender machen. Aber auch wirklich so in dem Stil, wie er gestern wie das Bild war. Das Bild war. Ich habe mich weggeschmissen verlachen. Ich auch. Ich sehe schon, das wird das Meme. Das wird das Meme dieses Jahr. Die Content-Nasen werden auf jeden Fall das Team. Das Team. Das Team. Ich sorge dafür, dass dieses Bild auf unser Auto kommt. Das brauchen wir. Aber dann müssen wir das wirklich irgendwann nochmal nachstellen. Für die Menschen, die das jetzt nicht genau wissen, welches Bild wir meinen, müsst ihr einfach mal zu uns in den Stream kommen, dann zeigen wir euch das. Das lohnt sich. Weil hier einblenden ist, glaube ich, ein bisschen schwer jetzt. 500 Blätten bis 1. November. Okay. Du gibst alles, dass das voll wird, ne? Ja. Ich glaube, das widerspiegelt sich zu meiner Person. Ich gebe immer alles. Ich bin wirklich gespannt, weil denn, alter, ohne Scheiß, dann hast du Mabix vom Thron runtergeholt. Das wird schon, also Mabix ist schon eine Hausnummer. Denn doch, Dave hatte 444. Ich weiß noch nicht, ob Dave das erreicht hat. Mabix ist drüber. Der hatte 300 und ein paar zerquetschte gesagt. Dann bist du mit 500, nee, Boris ist ja auch noch da. Boris, nicht 600 gesagt? Nee, Boris, der alte Raketenmensch, der hat 1500 und ein paar zerquetschte, nee, 1255 Studio, nee, 255 ist das Studio, 1255. Aber ich weiß nicht, ich muss kurz gucken, was der Zwischenstand ist. Du, ich sag dir ehrlich, jetzt fühle ich mich gar nicht mal so schlecht. Naja, also Boris hat wirklich aber auch alles gegeben. Ich gucke bei Boris. Boris ist jetzt aktuell bei 304. Das kriegen wir ja mit dem 500-Jet. Ah, ihr müsst einfach jetzt nur fleißig da reintippen. Tut dem Magge auch gut. Ist auch gut für Algorithmus. Immer rein da. Dave hat sein Ziel auch noch nicht erreicht. Also der ist auch noch am Dings. Codonas hat sein Ziel erreicht. Gambal hat sein Ziel auch erreicht. Also bis jetzt ist glaube ich immer noch auf dem Podium Mabix, Noah und Tim. Du, du hast reelle Chancen. Reelle Chancen mit 500. Das wird interessant sein. Keine Ahnung. Kannst du nicht einschätzen. Echt? Du, ich bin offen. Und wenn wir den Content-Nasen-Kalender machen müssen, dann machen wir den Content-Nasen-Kalender. Den Content-Nasen-Kalender. Ich hoffe, du hast irgendwo die Möglichkeit, so Feuerwehr-Outfits und sowas herzukriegen. Weil darauf wird das wieder auslaufen bleiben. Wenn das sowas, also auf sowas wird es wieder auslaufen. Du, ich habe mich vor laufender Kamera von meiner nicht erschminken lassen. Also ich habe alles durch. Ich habe keine Schwelle durch. Ich bin für alles offen. Solange die Leute da Spaß dran haben, ist das doch alles fein. Ja, bei mir gibt es so ein, zwei Grenzen, die mich wirklich stressen. So verkleiden zum Beispiel. Ich bin mal in den 12 Stunden Endurennen in einem Kleid gefahren. Und das war echt eng, das Kleid. Ja, das sind auch so. Grenzen habe ich auch. Also gerade so, es wäre schon ein bisschen trüber, aber mal so sich von seiner Nichte da schminken lassen. Naja, das ist easy. Ist ja alles auch irgendwie so, ist auch okay. Ist, denke ich auch. Ja, Chat wollte ich sagen. Die Kommentare tobt euch aus. Ihr dürft gerne Sachen vorschlagen für die Content-Nasen. Und Blätten, ich bin sehr gespannt, ob du 500 voll machst. Aber, wir werden jetzt zum Ende kommen. Blätten, Dankeschön, dass du heute da warst. Das war wirklich schön, dich mal, ja, außerhalb deiner Streaming-Persona ein bisschen kennenzulernen. Auch wenn du von dir selber sagst, dass das ein einfaches oder beziehungsweise langweiliges Leben ist, fand ich das sehr schön, dich auch nebenher mal ein bisschen kennenzulernen. Wir haben ja doch eine etwas andere Chemie miteinander, dass die Leute das jetzt hier auch mal sehen. Wir verstehen uns sehr gut, auch wenn das in den ganzen Videos untereinander nicht so aussieht. Bei uns ist alles tippitoppi. Wir fahren auch dieses Wochenende zusammen wieder und sind schon zusammengefahren und das wird, denke ich, auch nicht weniger, weil Bristol ist ja auch noch die Woche. Es ist viel geplant mit den Content-Nasen und schön, dass du da warst und mir deine Zeit geschenkt hast oder uns die Zeit geschenkt hast. Es hat mich sehr gefreut, dich hier kennenzulernen und freue mich auf alles Weitere. Und jetzt übergebe ich dir das Mikrofon und du darfst die Bude hier abschließen. Sehr gerne. Es war sehr frünft muss ich sagen. Ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen gedrückt, aber es war doch einfacher als gedacht, weil es auch mein erstes Mal Podcast ist. Es war auf jeden Fall sehr schön. Dankeschön, dass ich hier sein durfte und ja, für weniger Hass im Simracing einfach. Das ist schon in letzter Zeit sehr viel geworden und ich muss einfach auch mal wieder ein bisschen runterkommen, das Ganze und deswegen einfach nur für weniger Hass im Simracing. Das wird die Content-Nasen-Initiative, Blätten. Das wird unser Unterstrich. Die Content-Nasen für weniger Hass im Simracing. Blätten, es ist geboren. Jetzt habe ich dir das letzte Wort weggenommen, du musst noch einen Satz ranhängen. Sorry. Alles gut, das ist vollkommen in Ordnung so. Also, da sehe ich uns auch für weniger Hass im Simracing. Die Content-Nasen. Dafür stehen wir mit unseren Namen. Tschüss! Ortsage! Tschüss! Tschüss! undergoing aholdrandwanutsch